Und gibt es ein Fortbestehen? Gibt es ein Fortbestehen von mir, dem Ego, verstehen Sie, das Ich? Ich sterbe durch eine Krankheit, hohes Alter, einen Unfall. Wir fragen, was ist dieses Etwas, das fortbesteht? Was ist dieses Etwas, was ist dieses Du? Ist es etwas Wirkliches? Oder ist es etwas, das zusammengefügt wurde? Ihr Name, Ihre Form, Ihre Kultur, Ihr Charakter, Ihre Abhängigkeit, Ihr Leid, alles zusammengefügt. Das, was zusammengefügt wurde, kann rückgängig gemacht werden, verstehen Sie? Was das Denken zusammengefügt hat, das Denken, welches das Bild von mir, dem ich, erschaffen hat, das Ich ist sein Bild und steht im Gegensatz zu Ihrem Bild. Bitte folgen Sie logisch, das ist so. Diese Sache hat also das Denken zusammengefügt. Und wenn das Denken aufhört, löst sich die zusammengefügte Sache natürlich auf. Kann ich also, bevor ich sterbe, während ich lebe, diese Sache auflösen? Das betrifft uns alle, der Tod. Diese Sache, die das Denken zusammengefügt hat, als Kultur, als Namen, das Bild, welches das Denken ein Leben lang aufgebaut hat, dieses Bild ist das Bewusstsein. Und dieser Bewusstseinsinhalt kann beendet werden, während ich lebe. Das heißt, ich sterbe, während ich lebe. Man wartet nicht, bis der Tod am Ende des Lebens kommt, sondern lebt mit dem Tod, der das Beenden ist. Und wenn dies beendet wird, gibt es enorme Energie. Wird also das eine beendet, die Ursache des Leids, dann ist das andere da. Und bei diesem Beenden kommt mit Gefühl und mit ihm Intelligenz. Wenn man noch viel weiter geht, noch viel weiter eindringt, dann ist das der Beginn der Meditation.